Was ist mit dem Winter? Beißen, halte deine Hände. Aber dir macht das ja nichts aus, oder? Halte Hände, macht dir nichts. Aber jetzt hast du meine Handschuhe an, jetzt ist es gut, ne? Ja, das ist ein Beißen, ein Beißen. Verschwangen wird mir besser. Wo fahren wir jetzt hin? Im D. Und was sehen wir? Die wunderbare Welt von Ost. In Ost, genau. Und? In 2D? 3D. Hast du eine Brille mit? Ne. Aber ich, was hast du mit dafür? Haribo. Haribo, Gummibärchen. Nur hier.